Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie zugeschaltet haben. Mein Name ist Sebastian23 und in meinem neuen Buch wende ich mich gegen den Optimierungswahn der Leistungsgesellschaft. Hierzu gebe ich Tipps, wie man ein möglichst schlechtes Leben führen kann und heute möchte ich mal erzählen, wie meine eigenen Methoden funktionieren. Endlich erfolglos.